Das ist auch die eine Sache, die wir jetzt gerade mit den beiden machen, sind jetzt logischerweise dann auf den nächsten Level gegangen, sind gerade bei uns in unserer Mastermind auf der höchsten Stufe jetzt mit unterwegs bei uns und da geht es halt vor allem jetzt darum, wie macht man daraus jetzt halt ein solides, nachhaltiges Coaching-Business oder in dem Fall Ausbildungsgeschäft und ja, da geht es um ganz andere Themen. Ja, nachhaltige Lead-Generierung zum Beispiel, nachhaltige Sales-Strukturen aufbauen, nachhaltige Prozesse etablieren und da gibt es jetzt halt noch Learnings ohne Ende, die auf die beiden zukommen in den nächsten Monaten, da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf und ja, Ziel ist erstmal diesen Umsatz jetzt zu verstetigen und dann das Ganze halt auf ein Level zu bringen, wo das Ganze ein siebenstelliges Business ist, wobei 65.000 im Monat ist nicht weit weg. Ja, ab 84.000 Euro im Monat netto zähle ich das immer, dass man sagen kann, da ist siebenstellige Flughöhe erreicht, denn 84.000 mal 12 sind auf jeden Fall über eine Million Euro im Jahr und ja, da seid ihr ja kurz davor, diese Schwelle auch dann zum ersten Mal zu erreichen und was ich halt immer sagen kann ist, wenn man einmal einen gewissen Level erreicht hat, wie hier zum Beispiel einen fünfstelligen Monat, dann kann man diesen Level immer und immer und immer und immer und immer wieder erreichen. Ja, du weißt jetzt wie es ist, du kannst dir das vorstellen, was es bedeutet, du weißt auch, was das auch monetär dann ausmacht, dann kommt halt ein bisschen mehr mal an, dann kann man sich ein bisschen mehr gönnen und das sind so Sachen, die muss man halt selbst erleben und die kann man eigentlich nicht anders irgendwie machen, die Erfahrungen. Ja, du musst einmal hart arbeiten im Rahmen von so einem Training wie hier, einmal auf so ein Level wie hier kommen und dann ist es für dich gar nicht mehr vorstellbar, dass es irgendwie anders abläuft. Ja, du kannst dir auch nicht mehr vorstellen, jetzt für ein paar tausend Euro irgendwo arbeiten zu gehen. Ja, genau. Und wenn du jetzt auch denkst, ja, ich würde auch gerne so einen Award, ja, ich würde auch gerne den ersten fünfstelligen Monat erleben mit meinem Coaching, Beratung und Trainingsbusiness, dann kannst du wie viele andere, ja, eine sehr, sehr gute Wahl treffen, nämlich dich bei uns zum kostenlosen Erstgespräch einzutragen, hat der gute Tim auch. Ja, ich würde auch gerne den ersten fünfstelligen Monat.